Was für ein Traumwetter. Da hat sich die Fahrt ja doch noch mal gelohnt. Muss das dann? Nein. Erstmal einrollen. Was für ein Traumwetter. oh der schlängelt sich aber schön hier durch wir sind zu langsam wir müssen uns jetzt warm fahren das ist dann auch peinlich für uns na gut da fahr ich vor jetzt nenne ich oder du ja du fährst direkt drauf zu jetzt fängt das auch noch an zu regnen so auf in die nächste einfahrrunde schlau country Bis zum nächsten Mal. Okay, komm. Okay. Bitte. Los, komm. Die sind etwas langsam gut. Die sind etwas langsam gut. Die sind etwas langsam gut. Die sind so richtig fies. 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 Jawohl. So, ich bin startklar, bevor es nicht einregnet. Hauptsache, wir haben keinen Dreck auf der Linse. Genau, Dreck ans Stecken. So, ich bin startklar. 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 los fliegen ihr schöner sei froh, dass du nicht über das Tolz teil musst Juhu! Da gehst du ja ab ey! So, der Köhill ist nicht nur was zum Einrollen oder sondern auch, um die letzte Tour zu fahren. Das Fliegen macht hier natürlich echt Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, fester Schlag sind das Löcher hier geworden. Aber geht. Ja, wo ist die, ne? Wow. Okay, die Dinger muss ich dann auch nicht springen. Schon gar nicht bei der Netze. Auf, auf geht's. Die Sonne ist wieder rausgekommen. Jetzt wollen wir noch mal die andere Seite des Berges antesten. Jetzt musst du erst mal gucken, wo es lang geht hier. Auf jeden Fall schön geschapt hier. Ich habe noch nicht eine Bremswelle gehabt. Ja, bloß nicht. Ja. 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 Wo ist der letzte Gaser? Woh lang? Danke. Achso, da oben ist das Schild. Ja, los, dann. Ihr seht, hier bin ich nicht gerade gefahren. Also ihr könnt da ja fahren. Nö. Ah, für deinen gerade lieber ist klar. Los, weiter. Oh, jetzt wird es interessant. Juhu. Schug mit dem Helm. Ah, nicht mehr pedaliert, Mist. Schön, dass die Sonne noch mal rausgekommen ist. Ja, ich würde sagen, die kann man gut nehmen. Aber von Sprüngen habe ich hier jetzt noch nichts zu sehen. Hallo Lars. Nur fliegen ist schöner. Ja, mach mal. So, die gelbe Hummel fährt jetzt. Die gelbe Hummel. So, jetzt ist es so schön. Ja, ich weiß, dass wir da. Ah, das ist so schön. Untertitelung. BR 2018 Ja, schlängert sich schön, ne? Macht schon richtig Spaß. Du fährst vor mir. Dann fahr ich vor dir. Einfach so, weil dann weiß ich, wo du aussteigst. Ja, da lieg ich bei der Hütte. Da schon? Okay. Viel Spaß! Okay, dann bis später. So, fahrt ihr mal ruhig vor. Das ist ja doof. Doch, hier waren wir ja eben auch schon. Ja, da sind wir ja. Ja, ja. So, jetzt sehen wir den Linken. Ja. Ja, ich würde mal sagen, der ist auch ganz nett. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Juhu! Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.